Hey, what are you doing? Aber ich hab wirklich ne Scheiß-Sniper Ne, aber das ist so, ich hab das Gefühl wie letzt... wie... da... heute Vormittag oder wann das war Ja, Sauber Alter, das werde ich sicher Oh, wieder aufm Dach Bein Ich hab auch einen Hä, hier ist ja alles raus Wir kommen Wir kommen, wir sind da Wer hat ne Tire Station Schlüssel gehabt? Ich Also für den Raum Ich? Wo sind denn da drin? Gutes Reifen, gutes Reifen Ach, Tuck Sie sind da We came to see you Okay Ist das okay? Was ist okay? I am angry We make omission I, 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 I have fear I have fear I have fear Wo kommst du von uns? Sorry Ja, ich komm Nein, ich hab ein bisschen einen gesperrter Reifen eingedrungen Okay 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 We'll have to see you When he was in, when he was in, when he was a in, in, Poland I was in, I was in, Holland I was in Holland In Niederland I was in, Wander Bitte, be fremdlich. Ich habe Angst. Ich habe Angst. A Menge Angst. Bitte, lass mich alleine. Ich will nur allein sterben. Ich will nur allein sterben. Bitte, Ghost. Ich habe Angst. Ich gebe ihnen ein bisschen Geld. Andreas, um zu töten. Ich gebe dir 10 Dollar. 10 Dollar. Ich komme raus, bitte befreundlich. Bitte, bitte, bitte befreundlich. Wir werden befreundlich. Bitte, bitte, nicht töten. Wir haben eine Frau hier. Ich will... Ich will... Ich will sie zeigen, wie hart ich bin. Und wie gut ich bin. Bitte, 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 bitte. Bitte, bitte, bitte. Wie viel für die Frau? Die Frau ist hier. Gib mir... ... und du kannst unsere Frau. Bitte, 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 bitte. Du gib mir... ... und du kannst unsere Frau. Nein, das ist sehr günstig. Ich kann dir nicht glauben. Wenn du mir 10 Millionen geben würdest, würde ich dir glauben. Aber frei für eine Frau? Nein, äh... Iris, sag mal was. Sie snipen mich. Hallo, hallo, ich bin hier. Ich bin die Frau. Ja, du bist. Ja, du bist. Ja, ich bin die Frau. Bitte, nicht töten uns. Wir haben so viel Angst. Oh! Oh, okay. Okay. Hahaha. Now, I am friends without friends. Okay, listen. You killed my penis. Hahaha. Hahaha. Okay, whatever you test, please. You killed my penis, I don't know how I can say it. Who? Okay, listen. Make me friends. I really like this kind of people. Okay. Okay. I am a man without penis. Okay, we are leaving. No, 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 no. I know that you don't have a penis. Okay. Please don't kill me. One of you sniped me. Please don't kill me. Really? Okay, guys, let's go to the exit part. Cool. Gulu, gulu. Hey, let's go. Hey, let's go. Let's go. Hello? Hey, what are you doing? What is your mate doing? Fuck the hell. Yeah, it's gone. It's gone. Dude. Give them a moment, guys. What are you doing? Rival der Frenz Ja, Rival der Frenz Alter, was ist das Problem? Ich glaube, wir sind Freunde Alter Das ist das Problem mit unseren Teammitgliedern Ja, du bist das Problem, nicht dein Teammitglied Leid ihr die Map und sie können nicht verstehen, wie sie spielen Hallo Leute, komm rein Das ist okay Danke, Nummer 3 Er hat mich komplett gelootet Ich habe gesehen Warum hast du mich? Wir wollten Wir wollten echt Das ist ein anderes Team Oder ist das dein Team? Ich weiß nicht Nein, da kam ein neues Team, wir könnten mich eigentlich holen, oder? Die fighten mit dem anderen Team, oder? Die rumgegangen Glaube ich nicht Hm Naja, nachdem sie mich gelootet haben, oder? Ja Ja, klar Großen Rucksack, alles genommen Schnappen wir uns die Haube aufm Dach hier Schnappen wir uns die bitte Ja Also ein Schild Freigegeben Freigegeben Und wie jetzt ist Schluss mit Nassi? Und wie jetzt ist Schluss mit Nassi? Groen ist an Verstanden Groen keine Treffer Hm Jetzt sind sie am Arsch, Alter Nassi Der ist auf Goodbye Guys 2 hattest warum hattest du mich? oh ja ist das der gleiche Mann? ja, du wirst 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 ich muss kurz die Platten holen wachen ruhe mein Rucksack wieder meine Vesta wieder wir haben uns ein bisschen geärgert ich bin komplett gelootet ich bin komplett gelootet ich bin komplett gelootet wo ist meine Feldenhandling? scheiße da habt ihr alles was ihr braucht ja die Maske habe ich jetzt auch wieder meine Schlüssel sind noch weg habt ihr die? zufällig ne welche Schlüssel? ich habe Stadion und Flusskriminal will einer meine KV? nein warten oh ja danke wir müssen los hier ist noch eine Sniper mit blauem Visier mit blauem Visier ja ne ich hole los wir müssen los ja ich hole das Auto wo ist denn die Sniper? ihr könnt gucken wollt ich noch jetzt schreiben sie dass wir Psychopathen sind ja ja klar Alter ey sind die behindert dann doch zum Shop was zum Shop? ja warum? ja ja oh das Auto ist kaputt ne ja warte mal ich mach den Reifen ganz warte 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 bleib stehen ok sich rein ok äh das war jetzt ganz ne jetzt der ist auch noch kaputt ja ok der ist auch noch kaputt mach mal den anderen auch ganz bitte ja habe angekommen kommst du? ganz? ja also den haben wir so richtig gegeben und das ist auch noch auf Video hehehehe hehehehe wie viele Wagen denn das? keine Ahnung wie ist das hier? die haben ja dich angefangen zu töten die haben ja dich angefangen zu töten die waren volle Wichser die waren echt lustig und war doch echt lustig ne? und und freundlich und alles und dann ja wo ich gesagt habe Aua hehehehe hehehehe das war echt lustig finde ich ich hätte mir jetzt echt nichts getan ja ich habe mich nicht so sehr verstanden was sagst du? das war das war die waren eigentlich lustig ja also ich hatte die nicht getötet die hat auch nicht geschossen aber es wurde nicht ich hätte auch nicht geschossen aber die haben auch die hätten ja aus das habe ich umbringen können und dann sag ich ey sorry dass der hat es nicht verstanden aber ohne Loot aber ohne Loot Schlüssel hier oh ah jetzt ok oh 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 will jemand die Feinsorgungsgeste kann auch nehmen ja oh sorry oh das waren das waren schon richtige Schweine ich fand das witzig dass ich die alle aus dem Auto rausgeschossen habe aber von hinten hat mich dann halt noch einer getötet und Iris sagt geh nicht rüber ich geh rüber zack hoch tot dann sehe ich unten ist noch einer am Leben den Iris getötet hat der war noch nicht gefinisht und dann habe ich dich gesehen dass du tot warst und dann habe ich gedacht das gibt es doch nicht ey voll sauer und dann schreiben sie wir sind Psychopathen aus Wonde oder Psychopathen von dem Z oder was auch nicht ja wir sind gerne Psychopathen so eine letzte Runde für mich heute oh no und dann gehst du Bubu machen oder was ne hat keiner gehört muss sagen dass es keiner gehört hat hat keiner gehört das war die Iris das war die Iris das ist nämlich ganz nett die sagt immer eine Minute davor Bescheid ja und das macht man oder? ja ne ich sag das so mal äh äh ich sag das so äh mach die Runde so ähm ja ich geh jetzt schau ich so klar okay danke ja ja mach ja mach der mal mach der wirklich immer das tut mir so leid darf ich durchdrücken oder? ne ne geht noch nicht weil ähm ich will fragen ob von euch jemand äh nen RGL will ne dann nicht dann nicht ich müsste ja nicht gar nichts drücken ich würde euch kennen deswegen aber für andere Sachen